Das ist viel Klumpeter, geht schon los. Ladies and Gentlemen, your Captain speaking, ich begrüße Sie am Board der MS Mozzarella. Es ist nämlich so, wir haben eine richtig moderne Beziehung, eine On-Off-Beziehung, wobei er da auf ist. Ich bin Ihre Chef-Stewardess. Mein Name ist Raffaella Sorella, Anna Stefania Sattabrea, die Novella Cristina. Fisch, ich bin ein Musik-Handy. Da muss irgendwo eine Seh-Bestattung sein. Also das andere Traurige. Wie heißt es? Eine Chefs-Hauptzeit. Ich muss schauen, wo das herkommt, die Musik. Aber dann frage ich dich vor Gott und an den Anweisenden hier, lieber Justin, geborener Kevin. Hoi, ich rasse alle, ich rede jüngere Passagiere hier am Schiff, ein Brief, das ist eine E-Mail, wenn ihr das leschen willst, musst du anfangen. Die, 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 die. Kajal, trag mir jetzt auf, der Strich wird mal ganz schief, weil der Stift so schwankt am Schiff. Um Gottes Willen, wir sind zurückgeblieben. Verlassen Sie sofort das Stift, damit ich mich endlich in Ruhe aufs Ohr hauen kann. Zumindest auf ein halbes. Over and out. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017